Ich suche das Resort. Resort? Nee. Vanessa will Luxusurlaub und reiche Männer. Das nächste Boot kommt erst in einer Woche wieder. Das ist ein Desaster. Sie ziehen hier wieder aus, er ist der richtige Mann. Das ist mein Zimmer. Ich war zuerst hier. Sebastian will nur seine Ruhe. Zusammen sitzen sie fest bei Stanislav, dem Leuchtturmwärter und Fünf-Sterne-Koch. Ja. Auch schöne Ferien. Aus, das Volk. Es könnte alles so schön sein. Es fehlt einem nichts. Außer, hier fehlt der Kopf. Was bist du mit dem? Ich trage deinen Koffer. Warte, nein. Wo bitte geht's zum Resort? Und dann war da noch dieser Gast. Die herzhafte Komödie von Matthias Michel. Mit Maria Böttner, Daniel Metzger, Manfred Lierchti und Daniel Frey. Leuchtturm, Leichen und Pasteten. Ab Herbst im Kino.